Wir hätten die mal aufheben sollen, die ganzen Konvergenzwürfel, die wir hatten. Zwei oder drei, was auch immer das waren. Ja, jetzt brauchen wir erstmal Zink und unbedingt Tamium. Weil unsere Lebenserhaltung wird... Die Plänischen. Viel zu wenig. Natürlich ärgerlich, aber... Tatsächlich ist es das Ticket zum Reichtum. Naja. Ich hoffe, es gibt wieder Zink. Bitte, bitte, bitte. Yes. Äh. Ja. Ja, richtig, Tamium brauchen wir sehr, sehr viel. Okay, mir bleibt, glaube ich, fast nichts anderes übrig, als das im Weltall zu sammeln. Ja, machen wir. Oh, so Warpzelle. Ich will nochmal... Ah, genau, hier gab es nix wirklich drauf, was wir haben wollten. Ich will hier nochmal kurz durchgucken. Auf irgendeinem gab es ja auch kein Densium, ne? Oder irre ich mich... Ah, verdammt, schon wieder Scanner nicht getroffen. Oder irre ich mich. Gab es Kondensium? Kondensium, genau. Kandensium. Ja, da gab es welches. Äh. Also, okay. Erstmal ein bisschen sammeln hier draußen. Was war mit dem hier? Was war Koryza gehen, ne? Ne, auch Kondensium. Okay, dann werden wir beide abfliegen. Da gab es Koryza gehen. Ja, da gab es Koryza gehen. Okay. Ah, Kandensium holen wir uns erstmal. Warte, ist jetzt da. Also, erstmal Tamium. Dann Kandensium. Dann machen wir die Warp-Zelle. Und dann suchen wir den Korrex-Convergänz-Würfel. Ja, warte. Oh nein, hoch. Äh, stopp. So, ich hoffe, das ist kein extremer Planet. Aber ich hoffe, es gibt Tamium hier. Wir haben jetzt nichts mehr. Oh, es sieht tatsächlich nicht nach... Ah, wo es kann alles sein. So. Sieht sogar recht schön aus. Oh nein, wieder irgendwo drauf gelandet. Das Tamium. Ach, hier waren wir ja schon. Oh, hier gibt es Kandensium. Ernsthaft? Oh, es ist gerade der falsche Planet. Ich weiß es gerade nicht. So. So. Es wird ja schwierig, hier was zu finden. Stimmt, das war der hübsche Planet mit den bedrohlichen Wächtern hier. Ähm. Der Scanner muss nur bald wieder funktionieren. noch ein Gaggerlegt. Äh. Oh, der ist Plutumium. Ja, auch. Und Zink. Das hängt nämlich erst mit. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Habe ich mich gerade geirrt? Ist das... Ist hier wirklich Kandension? Habe ich vorher nochmal nachgeguckt? Nee. Also schon, aber ich weiß nicht, auf welchen wir geguckt haben. Verdammt. Ich habe mir die ganze Plutur in dem können wir uns auf jeden Fall nur leisten, um mal kurz zurück rauszufliegen und selber nochmal zu gucken, ob wir richtig liegen. Das Ding ist, wir haben ja vorher auch schon nichts gefunden. Und der Wächter kommt zu uns. Ja. Das kann auch der... Ich gehe jetzt nochmal... Ich gehe mal zum Schiff. Ich bin mir nämlich gerade nicht mehr sicher. Hm. Natürlich wird es ärgerlich. Und dann predige ich noch von guter Vorbereitung und so, ne? Äh. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. So. Ja, okay. Mein Fehler. Mein Fehler. Das war der... Temerium Planet. Dann ist das aber... Der hier. Mal los. Temerium, wir kommen. Zur Not gibt es ja noch einen zweiten Planeten, falls dieser tatsächlich wieder extrem sein sollte. Weil das gebe ich mir nicht. Aber es ist gut möglich. Dass auch dieser Planet extrem ist. Extrem. Extrem hässlich. Kommt auch noch dazu. Zuckerwatte Land. Ankunft in T-7 Sekunden. So, bitte sei nicht so extrem. Planet, sei gut für uns. Nö, oh, gut. Und wenn wir nur mal Glück gehabt, ne? Hätten wir uns die Mühe bei dem anderen sparen können. Äh. Ah, man weiß es ja vorher nicht. So, da ist Tarmium. Das trifft sich sehr gut. Also, das trifft sich sehr gut. Ja, ist jetzt bei 50% oder so. Ne, noch nicht mal. Sing! Oh, warte mal, da ist doch irgendwas Schnelles. Bestimmt ein Jäger. Das ist doch blöd. Raubtiere. Das Raubtier ist der aller Raubtiere. Oh, den kennen wir auch noch nicht. Oh! Ne Scheiße, warum haben wir uns da so viel Mühe gegeben? Da war eine Pflanze, alle 200.000 Meter. Wie viel haben wir jetzt? 85, ist das so fucking ernst? Oh, nein. Okay, das nächste Mal benutzen wir auf jeden Fall die Energiekanne so lange über Platz. Ich bin auch der Meinung, wir sollten hier alle Tiere scannen. Wie viele haben wir denn hier? Oh, sechs Stück fehlen noch. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Ja, direkt bereits zu entdeckten. Oh Gott. Also, wenn das noch nicht spektakulär war. Aber sie auch nicht. Was war das? Achso. Okay, damit haben wir gleich alle. Ach, shit. Da hätte ich natürlich erst zu denen gehen sollen. Das ist natürlich jetzt Mistisch. Das ist natürlich jetzt Mistisch. Wenn ich weiß, wo das ist. Scanner ist aber gleich fertig. Los, Scanner. Ich brauche dein Rad. Ah, shit. Shit. Okay. 110. Das ist ein Witz. Wir sind wie lange hier? 10 Minuten? Nicht mal. Drecksscheiße. Na gut, immerhin haben wir das Achievement dann fertig mit den, äh, so lange überleben auf einem Planeten. Gibt Schlimmeres. Trotzdem. Näh. Okay, wir lassen die Spezies denn mal in Ruhe. Und zinkt wieder. Äh. In diesem Ding haben wir ja. Frontamium. Da, solche Pflanzen brauchen. Okay. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Und hier rein. Strahlungsschutz stabilisiert sich. So einen Scheiß machen wir nicht nochmal, ne? So einen Extremplaneten nehmen. Ah. So ein Mist. Also jetzt können wir, ach, den Rest können wir dann auch im Weltall holen kurz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. So, hoffen wir mal, dass es ein Corvex-Universum ist, oder?